Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial. Mein Name ist Sven Goldstein, ich bin Produktmanager für unsere TwinCAD Automatisierungssoftware und dort zuständig für den Bereich Connectivity. In diesem Video-Tutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Erst-Inbetriebnahme von unserem TwinCAD OPC UA Gateway durchführen können. Hierfür habe ich eine virtuelle Maschine vorbereitet. In dieser virtuellen Maschine habe ich unser TwinCAD OPC UA Gateway bereits vorinstalliert. Das heißt, entweder das zugehörige Setup für das TwinCAD-Bild 4024 oder den entsprechenden Workload unter dem Bild 4026. Das Gateway installiert sich automatisch als Windows-Hintergrunddienst und Sie haben hier so ein kleines Icon im Windows-System-Tray und finden dort entsprechend das Gateway vor und Sie können dann über das Kontextmenü das Gateway entsprechend konfigurieren. Das heißt, hier gibt es einen Eintrag, Administrate UA Gateway und hier haben Sie eine Konfigurationsoberfläche für alle Einstellungen dieses OPC UA Gateways. Das Gateway verbindet sich mit TwinCAD OPC UA Server. Das heißt, es ist vorkonfiguriert für einen lokal laufenden TwinCAD OPC UA Server. Falls jetzt in Ihrem Fall der OPC UA Server vielleicht nicht auf demselben System läuft, sondern irgendwo remote im Netzwerk, müssen Sie entsprechend hier die Server-URL anpassen. Das Zweite, was Sie anpassen müssen, ist entsprechend der Benutzer, mit dem der TwinCAD OPC UA Server initialisiert wurde. Hierfür gibt es ein separates Video-Tutorial für die erste Betriebnahme von unserem TF6100 OPC UA Server und darin wird halt noch einmal erklärt, wie Sie den Server initialisieren und mit einem Benutzer entsprechend konfigurieren. Das heißt, hier müssen die entsprechenden Benutzerdaten des Servers auch hinterlegt werden. Sofern das erfolgt ist, können Sie dann entweder hier über dieses Plus-Symbol weitere Server hinzufügen oder auch natürlich entsprechend Server-Konfigurationen anpassen oder diese aus dieser Liste auch entfernen. Wir wollen nun zwei verschiedene Arten von Clients einmal mit dem UIGATEWAY sprechen lassen und entsprechend damit verbinden. Das heißt, einmal ein OPC UA Client und des Weiteren noch ein OPC COM DA Client, denn das UIGATEWAY hat ja auch den Fokus, dass wir dort quasi eine kostenfreie OPC COM DA Schnittstelle zur Verfügung stellen. Und wir fangen einfach mal mit dem OPC UA Client an. Das heißt, ich schließe jetzt hier den Konfigurator und als Client verwende ich den OPC UA Sample Client, den wir auch mit dem TF6100 ausliefern und diesen finden Sie im Windows Startmenü. Das heißt, hier finden Sie unter Backoff den Eintrag TF6100 OPC UA Sample Client. Wenn wir den Sample Client starten, können wir hier eine Endpunkt URL angeben, in diesem Fall von unserem OPC UA Gateway. Das läuft auf demselben System, hat hier nur einen anderen TCP-Port und zwar verwendet es standardmäßig den TCP-Port 48050. Ich kann mir meine Endpunkte zurückliefern lassen von dem Gateway und ich verbinde mich hier gleich mit dem ersten Endpunkt, der mir zurückgeliefert wird. Ich klicke auf Connect, selektiere den Anonymous Login. Das Gateway hat zunächst einmal keine Benutzernahme-Passwort-Kombination, die ist benötigt für die Verbindungsherstellung. Das kann man natürlich konfigurieren. Ich starte die Verbindung und kriege gleich einmal eine Fehlermeldung zurück. Failed to connect to OPC UA Server, bad Security Checks failed. Das ist in diesem Fall so, weil das Gateway noch dem Zertifikat von dem OPC UA Sample Client vertrauen muss. Das heißt, hier switche ich einmal zurück in meine Konfigurationsoberfläche von dem UA Gateway. Hier finde ich dann in der Konfiguration eine Registerkarte namens Certificates und in dieser Registerkarte Certificates finde ich hier auch schon das entsprechend als untrusted markierte Zertifikat von meinem Sample Client. Das heißt, ich selektiere nun dieses Zertifikat, klicke mit der rechten Maustaste da drauf und sage, hey, ich möchte gerne diesem Zertifikat, das heißt, dieser Applikation vertrauen. Jetzt schließe ich den Konfigurator wieder vom Gateway und starte einfach mal einen neuen Verbindungsaufbau in meinem Sample Client. Selektiere mir als Identity Token wieder den Anonymous User, klicke auf OK und bin nun mit dem Gateway verbunden. Jetzt kann ich durch den Adressraum des OPC UA Gateways hindurch navigieren und finde hier auch einen Eintrag für meinen Twinket OPC UA Server, der ja letzten Endes unterlagert auch läuft und die Daten für das Gateway bereitstellt vor. Das heißt, hier kann ich nun auch in den PLC1 Namespace hinein navigieren von dem Twinket OPC UA Server und sehe dort, aha, der stellt mir in seinem Main Program bereits eine SPS Variable bereit, eine Counter Variable, die einfach zyklisch inkrementiert wird. Durch einen Doppelklick auf die Variable kann ich sie halt hier zu dieser Watchlist hinzufügen und sehe auch nun die entsprechenden Werte von dieser Variable. Okay, wunderbar. Dann haben wir den OPC UA Client, haben wir schon verbunden bekommen mit dem Gateway. Da kann ich jetzt die Verbindung trennen und das Zweite ist, ich möchte nun auch einen OPC COM DA Client mit dem Gateway verbinden. Hierfür habe ich mich jetzt als Client für die Software OPC Explorer von der Firma Matricon entschieden. Die installiert sich auch in das Windows Startmenü. Hier habe ich einen Eintrag für Matricon OPC und finde hier den Matricon OPC Explorer vor. Den starte ich jetzt. Und der Matricon OPC Explorer zeigt mir hier auf der linken Seite bereits alle gefundenen lokalen PROC IDs an für eine OPC COM DA Verbindung, unter anderem auch die PROC ID für das UA Gateway, die ich nun selektieren kann und über den Button Connect entsprechend eine Verbindung aufbauen kann zu dem OPC UA Gateway. Über den Button Add Tags kann ich nun Variablen auslesen. Das heißt, auch hier gibt es einen kleinen Namespace Browser, wo ich dann wieder meinen unterlagerten TwinCAD OPC UA Server wiederfinde, der sich natürlich im Adress Space des Gateways befindet. Hier habe ich auch mein PLC 1 Programm und finde hier auch meine Counter Variable wieder. Durch einen Doppelklick kann ich sie jetzt zu der Konfiguration des OPC Explorers hinzufügen und bekam mir jetzt auch hier entsprechend die Werte dargestellt. Das war schon alles. Das heißt, das OPC UA Gateway bietet zwei Schnittstellen. Einmal über OPC UA, hat so ein bisschen den Fokus der Server Aggregation. Also wenn ich jetzt mehrere TwinCAD OPC UA Server durch das Gateway sozusagen vielleicht durch eine Firewall oder durch ein NAT Gateway entsprechend publik machen möchte, dann kann ich das mit dem Gateway tun. Oder ich möchte vielleicht einfach eine alte OPC-COMDA-Schnittstelle bereitstellen, dann kann ich auch hierfür das Gateway verwenden. Unterlagert befindet sich in diesem Fall aber oder in beiden Fällen immer ein TwinCAD, einer oder mehrere TwinCAD OPC UA Server. Vielen, vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben, dass Sie sich dieses Video Tutorial angeschaut haben. Bis zum nächsten Tutorial. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.